Hallo, ich bin Fabian, bekannt als Rainer Schauder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video geht es um ein, ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, ein sehr pikantes Thema. Kann auch sein, dass ich der Einzige bin oder einer der wenigen bin, die das so sehen würde. Aber ich möchte gerne mal drüber reden, weil das schon in den letzten Wochen und Tagen ein großes Thema war in meinem Leben, in meinem Zockerdasein. Und daraus lassen sich sehr, sehr interessante Themen ableiten und über die würde ich gerne mal sprechen. Der Einstiegspunkt dafür ist recht banal und zwar, dass jetzt aktuell in diesem Zeitraum keine aktuellen Videospiele rauskommen, die mich irgendwie interessieren. Ich habe noch ein paar Sachen auf Halde, die ich noch nicht durchgespielt habe, wo ich auch gar nicht weiß, ob ich die beenden werde, weil irgendwie kein Bock drauf und so. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber man guckt ja auch immer so, was kommt so im April raus, was kommt so im Mai raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, speziell der Mai, da ist aktuell nichts dabei, wofür ich brenne. Also da sind vielleicht ein paar Nice-to-have-Sachen dabei, die vielleicht so ein bisschen interessieren, aber grundlegend lässt mich da alles eigentlich so kalt. Und das sind ja eigentlich immer so diese Momente im Jahr, die man nutzen kann, um alte Spiele nochmal nachzuholen. Und da war tatsächlich der Jetevin ein ganz großer Einflussgeber, sage ich jetzt mal, weil der hat ja vor kurzem erst ein Video rausgehauen, dass er einen Monat lang nur retro gespielt hat und es tatsächlich auch ganz gut fand. Ich werde euch das in der Videobeschreibung verlinken. Wir haben uns schon im Vorfeld da ein bisschen zu ausgetauscht. Das war so ein Zeitpunkt, als ich noch stark in Elden Ring drin war und auch wusste, danach spiele ich Kirby und noch ein paar andere Sachen. Und er war so auf dem Trip, er hat jetzt wirklich auf Elden Ring gar keinen Bock, er schiebt das hinten an, wenn überhaupt. Der hat jetzt Lust, irgendwie Sachen nachzuholen, der hat Lust auf Retro und hat sich dann in diese Richtung da ausgelebt. Und ich dachte mir damals, okay, ich möchte jetzt schon gern, ich bin jetzt einfach drin in diesem Elden Ring-Thema, das mache ich jetzt noch fertig. Aber so im Nachgang muss ich schon sagen, dass mich das schon beeinflusst hat und mir auch ein bisschen Bock gegeben hat, nochmal zu gucken, was kann man denn noch nachholen. Und wie es halt so ist, dann geht man wieder in den Keller runter oder man scrollt so ein bisschen seine Bibliothek durch, seine Digitalkäufe und denkt halt darüber nach, klar, also ich habe ein paar Konsolen verkauft, ich habe halt noch eine Wii, ich könnte noch Metroid Prime 3 spielen, ich könnte Project Zero 4 nochmal spielen oder solche Geschichten. Oder eben auf der Playstation 2 generell Project Zero die Teile, weil ich die bis heute nie beendet habe. Aber da fällt einem immer so ein bisschen der Bock um, wenn es darum geht, diese alten Konsolen aus dem Keller zu holen und die dann anzuschließen. Gerade bei so alten Konsolen, 16-Bit-Error, ich habe so einen USSC-Converter mir mal für teuer Geld gekauft und damit kriegt man auch ein crispes Bild auf dem 4K-Fernseher. Aber es ist halt einfach zu müßig so. Es ist halt wirklich einfach eine Spaßbremse, diese alten Konsolen zum Laufen zu bekommen. Und dann kommt man natürlich um diesen Begriff Emulator nicht drum rum. Und ich habe in der Vergangenheit eigentlich nie über Emulatoren gesprochen. Das ist eine Sache, die wollte ich außen vor lassen. Das war immer so ein bisschen so eine Randerscheinung, wenn es zum Beispiel darum ging, Videospiele zu erhalten, weil ja natürlich irgendwann die Hardware kaputt geht oder solche Themen. Aber es ging mir eigentlich persönlich nie drum, dass ich jetzt irgendwie sage, ich nutze Emulatoren und ich wollte da auch nicht irgendwie Werbung für machen oder Leute ermutigen, es mir gleich zu tun. Und ich habe auch Emulatoren schon seit Jahren nicht mehr verwendet. So, ich hatte in der Vergangenheit, also ich möchte jetzt ein bisschen mal einfach über das Thema reden, wieso meine Vergangenheit damit ist. Und die liegt sehr, sehr, sehr lange zurück. Also ich hatte eine sehr wilde Emulatorzeit und zwar so um die 56K-Modem, Schrägstrich, als so die ersten DSL-Anschlüsse in Deutschland zur Verfügung standen. Und die ersten Flatrates meiner Familie war da eigentlich immer recht vorne mit dabei. Da hatte ich eine sehr krasse Phase, weil ich eben mein Leben lang nur am PC gespielt habe und diese ganzen Klassiker auf dem Super Nintendo, NES, Mega Drive, Master System, Game Gear, also es war eher so diese Konsolenseite, hatte ich Lust einfach Dinge nachzuholen und Dinge mir anzugucken und das so ein bisschen zu schnuppern, was man so verpasst hat. Und ich habe gezogen und gezockt ohne Ende und muss am Ende vom Tag sagen, die wenigsten Sachen habe ich irgendwie beendet. Das waren halt so meistens irgendwelche kurzweiligen Geschichten. Also ich habe auch sehr viel aus dem Arcade-Bereich nachgeholt. Das Neo Geo war bei mir auch ein großes Thema, was ich ja eh keine Sau irgendwie damals leisten konnte. So Metal Slug und solche Geschichten oder Beat'em Ups, also das habe ich sehr, sehr stark konsumiert. Aber wirklich ein Spiel, mal so ein richtiges Singleplayer-Game, mal so durchgezogen, so das ist vielleicht nur ein, zweimal passiert. Und ich habe mich eigentlich auch recht schnell, sage ich jetzt mal, wieder davon gelöst, weil es da halt ja so zwei Aspekte gibt, die mich da genervt haben. Zum einen ist es natürlich so eine Entwertung irgendwie. Also irgendwann habe ich ja dann angefangen, Konsolen und Videospiele zu sammeln und das war für mich eine bessere Wertigkeit, als jetzt irgendwie eine Datei auf einer Festplatte irgendwo oder auf einem Datenträger zu sichern. Und natürlich halt auch diese große Menge an Games. Also das spielt so komplett in meine aktuelle Denke noch mit rein, damals halt im Emulator, später dann bei physischen Datenträgern, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt einen Zugriff auf hunderte von Games und ich, das ist nichts Ganzes, nichts Halbes. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ich habe in alles mal reingespielt, aber nie was durchgezogen. Und das, da habe ich am Ende vom Tag halt auch gedacht, okay, dann brauche ich den ganzen Kram halt eigentlich nicht. Und wenn ich halt einfach diese Branche und dieses Hobby halt einfach so sehr liebe und schätze, dann möchte ich natürlich auch da die Originaldatenträger besitzen und möchte jetzt nicht irgendwelche Sachen halt irgendwie schwarz irgendwie aus dem Internet runterladen. Und das war lange meine Meinung und ich bin da auch, sage ich jetzt auch mal, sehr streng gewesen und hatte da auch kein Verständnis für, wenn Leute jetzt wirklich Emulatoren genutzt haben. Das hat sich jetzt aber in den letzten Tagen und Wochen geändert und ich möchte euch gerne ein bisschen vermitteln, wie das denn so gekommen ist. Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich über diverse YouTube-Videos, die mir so angezeigt wurden in den Empfehlungen, ich irgendwie rausgehört habe, dass die Xbox Series S gerne für Emulatoren verwendet wird. Also das ist, Alter, also das Thema Emulatoren, ich muss vielleicht mal diesen Schlenker nochmal nehmen. Das Faszinierende daran ist ja, dass das einfach bis heute so eine krasse Graustufe ist und ich meine, Nintendo sind auch die einzigen, die da jemals Leuten auch einen Riegel vorgeschoben haben, dass sie so Seiten platt gemacht haben oder dass die sich wirklich auch dagegen aussprechen, dass man deren Systeme emuliert. Und ich habe so das Gefühl, und ich glaube, jeder hat das Gefühl, der restlichen Branche ist das tatsächlich krass egal. Am PC waren, also abseits von Emulatoren, Raubkopien waren natürlich am PC immer so ein Ding. Ich habe das Gefühl, das löst sich mittlerweile, weil halt einfach am PC nur noch digital und Account gebunden vertrieben wird. Aber ich komme einfach bis heute nicht darauf klar, dass es halt einfach wirklich öffentlich Seiten gibt, wo man Videospiele runterladen kann, die eigentlich Geld kosten und auch Let's Player Emulatoren verwenden für ihre Let's Plays und da offensichtlich keiner irgendwie einen Blutdruck mit hat. Man weiß, das ist illegal und da gibt es auch kein Verständnis dafür. Da gibt es ja dann solche Trugbilder, dass man irgendwie Spiele innerhalb von 24 Stunden irgendwie löschen soll oder man darf es sich runterladen, wenn man es Original besitzt und so. Das sind alles Sachen, die stimmen tatsächlich nicht. Also es ist wohl so, dass es mehr oder weniger eigentlich legal ist, einen Emulator zu verwenden, es sei denn, da wird ein spezielles BIOS verwendet, was da natürlich wieder geschützt ist. Und man ist natürlich in Deutschland dazu berechtigt, sich von seinen Datenträgern auch private Kopien anzufertigen. Also man könnte sich ein Image ziehen, sage ich jetzt mal, und das dann vielleicht auch emulieren. Aber sich Spiele runterladen, egal ob man es besitzt oder nicht, das ist halt einfach illegal. So, es ist klar, dass es den runterladenden wahrscheinlich weniger betrifft als den hochladenden. Aber das ist halt einfach eine Sache, die ist im Raum und das ist auch ein Market. Das ist ein riesengroßer Markt, weil einfach, es gibt YouTube-Kanäle, die nichts anderes machen, als Retro-Handhelds vorzustellen, die für Emulatoren ausgelegt sind. Und wo es dann darum geht, welche Konsole kann man mit welchem Handheld emulieren, das ist schon ziemlich abgefahren. Also es ist eigentlich nicht erlaubt, es ist eigentlich illegal. Das sind alles urheberrechtlich geschützte Materialien und kulturelle Produkte. Aber die werden angeboten und die können verwendet werden, auch für kaufbare Hardware. Aber man weiß, das hat ein Geschmäckle und das ist eigentlich nicht erlaubt. Also das ist eigentlich schon so eine Sache, das flasht mich mega. Und zwischen diesen ganzen Handhelds, die es da gibt, habe ich mitbekommen, dass die Xbox Series S wohl sehr beliebt sein soll, wenn es ums Emulieren geht, weil es natürlich eine Konsole ist mit einer ordentlichen Hardware-Power, die halt eben, ja, kein 4K kann, aber doch man für wenig Geld ein gutes Gerät kaufen kann, wo man Dinge mit tun kann. Und das ist tatsächlich so ein bisschen mein Einstiegspunkt gewesen in diese ganze Thematik. Aus Interesse habe ich mir dann mal ein Tutorial angeguckt, wie funktioniert das. Und das ist, ja, also das ist jetzt keine leichte Angelegenheit gewesen, aber es hat mich doch so interessiert, dass ich mir gedacht habe, ich mache das jetzt einfach mal. Ich bringe jetzt einfach mal einen Emulator und den kannte ich nicht. Der nennt sich RetroArc. Und der sollte eigentlich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt sein, warum ich dieses Video überhaupt mache. RetroArc ist eine Art, wie soll ich das erklären? Das ist eine Art Emulator-Oberfläche, die mehrere Emulatoren beinhaltet. Das läuft über sogenannte Cores. Das heißt, von sämtlichen Heimcomputern, Konsolen und so weiter und so fort gibt es jeweils einen Core, für dieselbe Plattform teilweise auch unterschiedliche. Und damit kann man quasi, das heißt, man kann damit quasi mehrere Videospiele von unterschiedlichen Plattformen einbinden. Und diese Oberfläche erfreut sich seit zig Jahren einer sehr großen Beliebtheit und die wird auch unterstützt von mittlerweile halt natürlich der Xbox Series S über Wege. Auf Steam ist sie vorhanden, das heißt, das wird wahrscheinlich auch auf dem Steam Deck vielleicht funktionieren, auf Android-Geräten, am PC natürlich. Und da hat man eben die Möglichkeit, sich so eine Bibliothek einzupflegen. Und ich habe das mal ein bisschen getestet, so ein bisschen damit rumgespielt und wurde sehr, sehr krass geflasht von dieser Plattform, weil, und jetzt kommt der Punkt, warum ich da drauf kleben geblieben bin, weil sie eine hervorragende Unterstützung für alte DOS-Games beherbergt. Und das ist natürlich meine Kindheit, also damit bin ich aufgewachsen. Und es ist wirklich für mich sehr, sehr frustrierend, dass es bis heute eigentlich sehr viele Spiele aus meiner Kindheit, dass es da sehr viele Spiele gibt, die bis heute nicht irgendwie großartig unterstützt werden, und dass man die komfortabel vielleicht auf einem Fernseher spielen kann oder ähnliches. Also ich hatte beispielsweise so den Gedanken, dass ich mir jetzt so eine Commander Keen Collection hole. So, das ist ein Ding, das habe ich damals wirklich gesuchtet ohne Ende. Gibt es auch mittlerweile, wird kommerziell einfach vertrieben. Das habe ich mir bei Steam gekauft. Ich glaube, für 5 Euro oder sowas gibt es eine Collection mit Teil 1, 2, 3, 4, 5. Und dachte mir, okay, das kann man dann irgendwie auch über das Steam-Link. Ich habe ja eine ganz, ganz große Steam-Link- und Steam-Controller-Phase gehabt. Und das verwendet, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, das werde ich auch mal verlinken. Und dachte mir dann, okay, cool, jetzt kann ich ja Commander Keen auf meinem Fernseher darüber streamen und kann das mit dem Steam-Controller zocken. Pustekuchen. Also das wurde nicht unterstützt. Da hätte ich mir selber irgendwie ein Button-Layout machen können. Ich habe versucht, mich da ein bisschen reinzufuchsen. Das war eine komplette Katastrophe. Und dann lade ich einfach Commander Keen in diesen Retro-Arc-Emulator und bekomme ein vorgefertigtes fucking Button-Layout. Kann das Ding über die Xbox Series S auf dem Fernseher spielen. Und selbst diese drei Knöpfe, die man da braucht, wer Commander Keen nicht kennt, das ist eine Sprung-Taste, eine Feuertaste und ein Pogo-Stick, konnte ich das sogar in einem Menü verändern. Und konnte wirklich sagen, okay, auf die A-Taste möchte ich springen, auf die X-Taste möchte ich Fire und auf die C-Taste möchte ich einen Pogo-Stick haben. Also das ist ausgeschrieben da. Da wird nicht gesagt, leg jetzt Button A auf die Leertaste oder Button X irgendwie auf die Steuerung-Taste. Nee, das ist halt vorgefertigt und wird da auch letztendlich eingebunden. Und das hat mich so hardcore geflasht. Das hat mich so hardcore geflasht, dass ich diesen Emulator noch mit ein paar anderen Sachen getestet habe, die ich besitze. Zum Beispiel alte Point-and-Click-Adventure, The Dig von LucasArts. Eins der letzten Adventures, die sie gemacht haben, oder das letzte Adventure, was sie gemacht haben damals nach Sam & Max und Vollgas. Und da dieses RetroArc-Ding auch ScumVM unterstützt, auch da auf dem Fernseher, ohne dass ich irgendetwas machen muss, kann ich den Maus-Cursor mit dem Analog-Stick bedienen. Ich kann laden, ich kann speichern, so. Und es funktionierte richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. Sodass ich letztendlich mich mehr mit dem Ding auseinandersetzen musste. Und ich habe das Ding auch noch am PC eingerichtet und habe es auch auf meinem Smartphone eingerichtet. Weil Smartphone, klar, auch da sind irgendwann die Grenzen da, aber so alte Spiele und so weiter, das geht schon. Und tatsächlich bin ich jetzt in der Lage, alte DOS-Spiele zu spielen mit meinem Smartphone unterwegs, mit einem Button-Layout, was ich selber bestimme und was easy zu konfigurieren ist. Nicht nur das. Es gibt auch ein Tool, das nennt sich SyncThing, heißt es, glaube ich. Da kann man über zwei Geräte jeweils ein Verzeichnis freigeben, die dann, ich glaube, verschlüsselt synchronisiert werden. Soll heißen, ich gebe an meinem PC ein Verzeichnis für SafeStates frei, gebe auf meinem Smartphone, da gibt es das als App, gebe ich auch einen Ordner als SafeState frei und dann synchronisieren die sich. Soll heißen, wenn ich am PC Commander Keen spiele und speichere und ich habe diese Software an, habe ich diesen Speicherstand innerhalb von wenigen Sekunden von einem Bruchteil auf meinem Smartphone. Das heißt, ich habe quasi so ein Switch-System und kann quasi wie auf einer Cloud Spielstände zwischen einem Mobilgerät und einem stationären Gerät abgleichen. Das ist einfach komplett der Wahnsinn. Also es hat mich komplett geflasht, was diese Software eigentlich alles kann, was sie alles unterstützt, wie sie bedient werden kann, wie sie konfiguriert werden kann. Und da sind ja noch so Spielereien dabei, dass man so Filter reinhauen kann, so Scanlines oder irgendwie so eine Wölbung reinziehen kann oder so ein Composite-Effekt oder sowas. Da bin ich ja immer so ein bisschen fern von. Und dann sitzt man halt einfach am PC und nimmt sich halt irgendwie noch so einen entsprechenden Retro-Controller oder sowas und hat einfach ein sehr solides Retro-Feeling an einem stationären Gerät. Und das ist eine Sache, die wirklich für mich komplett mindblond war. Ich hatte da keine Ahnung von. Das ist natürlich ein bisschen ein kleines Projekt gewesen, das einzurichten, das so konfigurieren. Da macht man auch mal Fehler, da muss man es nochmal neu aufspielen. Das war schon ein kleiner Struggle, aber am Ende vom Tag hat mich das so glücklich gemacht. Und das hat mein Game mit dem, was ich jetzt so in letzter Zeit so spiele, an Retro-Kram, was ich so nachhole, war für mich ein krasser Game-Changer. Und die Spiele, die ich da nachgeholt habe, die werde ich auch auf dem Kanal hier natürlich tatsächlich demnächst dann behandeln, wenn ich wieder fünf beisammen habe. Das hat mich komplett geflasht. Und natürlich lässt einen das so drüber nachdenken, nachdenken, wie geht eigentlich die Branche mit diesem ganzen Thema um. Also wie so der aktuelle Status ist, Emulatoren und so weiter und so fort. Ich habe mir da ein paar Videos angeguckt und ich habe da ein ganz interessantes Video gefunden, und zwar vom Samp. Das möchte ich euch auch mal verlinken. Der hatte irgendwann, ich glaube, das ist schon Jahre her, irgendwann mal ein Video gemacht, so ein Realtalk-Video über Emulatoren, wie er so persönlich dazu steht. Da kann man auch, glaube ich, geteilter Meinung sein. Aber grundlegend hat er einen sehr interessanten Punkt gemacht, wenn es darum geht, dass Emulatoren heute etwas liefern, was die Branche vermissen lässt, nämlich Zugänglichkeit. Und er hat das verglichen mit File-Sharing zu Anfängen des Internets mit Musik, mit MP3s, als es damals Napster gab oder sowas, oder Kasa oder solche Sachen. Da man ja seine Datenträger auch digitalisieren durfte und auch kopieren durfte und die auch an Freunde weitergeben durfte, war das damals so eine Grauzone, weil man natürlich halt in diesen Peer-to-Peer-Applikationen natürlich runtergeladen hat, aber gleichzeitig auch hochgeladen hat. Und da immer irgendjemand, egal wo jetzt eine MP3 herkommt, irgendjemand musste ja das Original irgendwann mal besessen haben, war das lange Zeit irgendwie so eine Grauzone, die man irgendwie hinnehmen musste. Und das Ganze wurde halt dann irgendwann als illegal deklariert. Es gab in der Musikbranche, das hat ja einiges verändert, diese ganzen Begebenheiten. und Samt hat dann einen ganz interessanten Punkt angebracht, dass Apple irgendwann sagte, okay, offensichtlich haben die Leute das verwendet, es wurde illegal, die Leute haben es weiterverwendet, weil es einfach bequem war und weil es zugänglich war. Und da kann man sich jetzt querstellen und irgendwie strampeln und das einfach scheiße finden. Aber die Branche hat dann in der Hinsicht reagiert, dass Apple iTunes auf den Markt gebracht hat. Und wir kennen ja heute noch die ganzen Nachzügler wie YouTube Music. Und ich glaube, Amazon hat dann noch einen Ableger irgendwie von Deezer. Glaube ich, gibt es noch solche Geschichten. Also es gibt mittlerweile etablierte Streaming-Portale, wo man einfach Musik hören kann, weil einfach die Leute es weiter illegal gezogen hätten, weil es einfach viel bequemer ist und man gemerkt hat, da entsteht ein neuer Wunsch, einen Zugang zur Musik zu haben. Und das ist super interessant. Da kann man sich natürlich darüber streiten, dass das natürlich auch, dass Musiker natürlich mittlerweile an Alben nicht mehr so viel verdienen, dass die irgendwie auf Tour gehen müssen, um da halt die Hauptkohle zu kriegen, whatever. Und dass das natürlich da auch so eine, dass das auch schädliche Auswirkungen hatte auf die Musikindustrie, dass es sehr, sehr mehr auf Quantität geht. Aber das ist ja ein Leitthema. Das betrifft ja alle Unterhaltungsmedien. Aber grundsätzlich ist das so eine Veränderung gewesen. Im Bereich der Serien und Filme ist das ähnlich. Dort ist es ja so, dass die Angebote sich quasi verteilen auf unterschiedliche Anbieter, auf Amazon Prime, auf Netflix, auf Sky Ticket, auf Disney Plus, auf Join, auf whatever, Apple TV, keine Ahnung. Also da ist noch so eine Diskrepanz, dass man nicht weiß, was soll ich jetzt abonnieren. Aber grundlegend, wenn ich jetzt einen alten Film gucken wollen würde, es gibt auch Portale, wo man Filme gegen Geld ausleihen muss, also wo es jetzt nicht um ein Abo-Modell geht. Und ich würde den wahrscheinlich bei Amazon oder bei Apple TV, vielleicht auch bei Sky, würde ich den digital ausleihen können. Also auch da hat man reagiert und hat festgestellt, okay, es gibt, die Leute haben da Bock drauf, einfach so ihre Filme zu kriegen und ihre Serien zu kriegen und wir bieten das denen halt einfach an. Und das ist auch eine Diskussion, die uralt ist, weil man damals zu Game of Thrones Zeiten war, das war das interessant, weil dort die Leute ja auch die Streaming, die Stream-Plattformen frequentiert haben, weil sie einfach die Serie früher sehen wollten, auf Englisch, als die im RTL 2 damals ausgestrahlt wurde. Also das war damals auch ein Ding und man hat heute darauf reagiert und Dinge sind einfach besser zugänglich. Ja, und jetzt, liebe Videospielkultur, jetzt kommst halt du und die Frage stellt sich, wie geht denn die Videospielkultur damit um? Dass es offensichtlich einen Markt gibt für Retro-Handhelds, die emulierte Spiele abspielen, dass es hoch angelegte Emulatoren gibt, die über eine, über eine, quasi wie ein Abbild von einem Betriebssystem, mehrere Spieleplattformen vereinen können und man das konfigurieren kann und es ein ganz, ganz großes Interesse daran gibt, wie geht die Videospielbranche damit um? Und die Antwort ist, nahezu gar nicht. Und das ist deswegen auch so tragisch, weil heute hat sich natürlich die Film- und Serienindustrie sich natürlich auch aufgespalten auf unterschiedliche Anbieter und so weiter und so fort. Aber es gibt zentrale Sachen, wie beispielsweise Amazon, wo man mehr oder weniger alles bekommt gegen eine Gebühr. Aber selbst das gibt es in der Videospielbranche nicht. Die Videospielbranche hält das alles zurück und es gibt auch, und die haben auch das Problem natürlich, dass man auch für jede Konsolengeneration unterschiedliche Konsolen hat und für jedes Spiel, was man gerne spielen möchte, wenn es ein Exklusivtitel ist, die entsprechende Konsole braucht, ein entsprechendes Abspielgerät braucht, sprich einen Bildschirm, der womöglich noch ein RGB oder ein Composite oder irgendetwas Ähnliches, einen Anschluss da braucht, was heutzutage auch nicht mehr jemand hat. Also die Videospielkultur, die Branche geht desaströs einfach mit ihrem Erbe um. Und man kann das zum Teil, kann man das nachvollziehen. Man kann das nachvollziehen, weil man diese alten Sachen, für die es ja offensichtlich noch eine Nachfrage gibt, man kann die natürlich noch kommerziell verwerten und nochmal kommerziell verkaufen und anbieten. Und das passiert heutzutage wirklich in einer derart kundenunfreundlichen Art und Weise, dass das auch genauso mindblowing für mich ist, dass man das so macht, genauso wie es für mich mindblowing ist, dass die Emulator-Szene existiert. Da hast du beispielsweise so was wie Nintendo. Die haben irgendwann angefangen, mit der Wii eine Virtual Console einzuführen und das war eine richtig geile Sache. Da konntest du dann nämlich anfangen, alte Super Nintendo-Spiele, alte NES-Spiele, die PC-Engine war sogar noch dabei, N64 kam irgendwann noch raus und du konntest dir irgendwie, ich glaube für 5 bis 10 Euro, vielleicht auch mal 12 oder 15, je nach Titel, konntest du dir halt einen alten Titel kaufen und den halt noch spielen. Voll geil. Problem an der Sache ist, also was erstmal kundenunfreundlich ist, dass man zwar mit den nachfolgenden Modellen, also ich denke da so an den 3DS und an die Wii U, das waren ja so diese drei Konsolen, wo man seinen Nintendo-Account quasi behalten hat und weitergeführt hat auf die neuen Systeme. Man hat ja auch den Content von der Wii damals auf die Wii U transferiert, aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt irgendwie Link to the Past auf der Wii gekauft und deswegen habe ich da jetzt auch Anspruch drauf auf der Virtual Konsole von der Wii U. Nö. Das waren zwei getrennte Sachen. Oder auf dem 3DS. Das heißt, dieselben Spiele, dieselben Super Nintendo und Mega Drive und NES und so weiter, diese ganzen Spiele werden angeboten auf der Wii, auf dem 3DS, auf der Wii U damals und man musste, wenn man es auf drei Plattformen spielen wollte, nehmen wir mal an, du willst es jetzt irgendwie auch unterwegs zocken, musstest du für alle drei Systeme blechen. Und die haben dann irgendwann mit der Wii U nochmal den Game Boy Advance eingeführt, was auch eine große Sache war. Aber das war immerhin besser als nix. Und anstatt, dass die das jetzt weitermachen, haben die sich gedacht, hm, warum jetzt die Leute bezahlen lassen, einmalig, warum nicht einfach irgendwie ein Abo-Modell wieder machen, funktioniert ja gut. Egal, ob man es nutzt oder nicht. Die Leute haben einfach Bock. Man kriegt einfach Kohle aus denen raus, indem man sie einfach kontinuierlich bezahlen lässt, sodass sie die Virtual Konsole einfach abgeknickt haben und haben gesagt, okay, jetzt machen wir Nintendo Online und bieten halt einfach die Games zum Streamen an. So, genau wieder diese selben Games. Und wir beschneiden uns sogar noch und nehmen das Mega Drive wieder raus und nehmen den Game Boy Advance wieder raus und bieten erstmal nur das Super Nintendo und das NES an. Und jetzt kommt das Nintendo 64 dazu und siehe da, das Abo-Modell wird nochmal richtig krass teurer für das Jahr gerechnet. Am Ende vom Tag machen wir uns nichts vor. Das wird auch alles emuliert. Und teilweise sogar schlecht. Da gibt es ja dann noch so Input-Delays und so weiter und so fort. Also das ist so, wie Nintendo ein bisschen damit umgeht. Also sehr kundenunfreundlich und auch sehr, sehr fragwürdig. Es gibt andere Beispiele. Beispielsweise diese elenden Classic Compilations für teuer Geld. Zum Beispiel Collection of Mana oder sowas. Oder jetzt diese Disney Classics, Lion King und Aladdin Geschichte. Wir wissen auch da, das sind Emulatoren, die im Hintergrund laufen, die, was soll das denn sonst sein? So, und die werden dann irgendwie für 35 Euro und für 40 Euro, also für überteuertes Geld wieder verkauft und man hat wieder einen Datenträger und so weiter und so fort. Warum gibt es denn nicht einfach irgendwie die Möglichkeit, dass man auf so einen Pool zugreifen kann, an alten Spielen? Diese Unternehmen, diese Branchenteilnehmer machen sich einfach mal gerade und sagen, wir geben jetzt einfach unser geistiges Eigentum weiter und wir befüttern das irgendwie über so eine Plattform wie eben Spotify oder eben wie Amazon oder sonst was, dass Leute einfach einen allgemeinen Zugriff auf diese alten Spiele kriegen. Das große Problem ist nämlich auch, dass natürlich nur die kommerziell erfolgreichen Spiele weiter vermarktet werden, weil man sich davon natürlich wieder Gewinne verspricht und es gibt Sachen, die fallen hinten runter und es gibt einfach Klassiker, die gibt es nicht abseits, also wirklich Klassiker, die gibt es nur auf einer bestimmten Konsole und die kamen nie irgendwie portiert oder remastert oder sonst irgendwo für irgendwas raus. Und da stellt man sich schon die Frage, ja klar, kann ich mir jetzt irgendwie eine Cartridge kaufen bei eBay Kleinanzeigen für 25, 30 Euro und kann dann irgendwie diesen ganzen Kabelsalat halt irgendwie wieder in Kauf nehmen und es verdient ja sowieso keiner mehr dran, weil das Geld wurde ja bereits eingenommen für diese Cartridge, sie wechselt nur den Besitzer, so, und im Gegenzug, ohne das jetzt irgendwie glorifizieren oder euch dazu anregen zu wollen, aber man kann es sich einfach illegal irgendwie in wenigen Sekunden runterladen und das emulieren und dass man diese Chance einfach nicht nutzt, dass da ein Interesse da ist und um das halt irgendwie anzubieten und stattdessen lässt man es versauern und ich möchte eigentlich das versauern, ich möchte es eigentlich noch steigern, das ist eigentlich noch schlimmer, man lässt es auf Halde, weil man natürlich irgendwann vielleicht nochmal die Möglichkeit sieht, das Ding nochmal anzubieten, wenn gerade wieder der Hahn danach kräht. Also das ist so ein bisschen meine Intention. Project Zero 1, 2, 3. Das könnte man anbieten für einen schmalen Thaler, sagen wir mal für 10 Euro, für 20 Euro pro Spiel, warum denn jetzt halt nicht? Das würde definitiv Leute kriegen, man müsste es nicht mal groß irgendwie portieren, man müsste es einfach irgendwie nur rüberbringen, dass es kompatibel ist mit einer aktuellen Konsolengeneration und gut ist. Stattdessen lässt man das halt irgendwie bei sich. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, wirtschaftlich kann ich mir das nicht anders vorstellen, als ob man irgendwann vielleicht nochmal sich das offen hält, irgendwann machen wir nochmal eine Trilogie für 50 Euro oder sowas irgendwie oder für Vollpreis, für 60 Euro. Keine Ahnung. Stattdessen bringen sie Project Zero 5 raus, der der unbeliebteste Teil der ganzen Reihe ist, weil man wahrscheinlich da denkt, okay, das passt vielleicht noch grafisch irgendwie so zur aktuellen Lage. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist wirklich eine Sache, das verstehe ich einfach nicht. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu einer Sache, dass ich mir dann auch die Frage gestellt habe, okay, oder rausgefunden habe, das war auch eine Anregung von einem anderen Video, das habe ich jetzt leider vergessen, welches das war. Das war auch ein Tutorial, wie man Mega Drive Spiele, glaube ich, oder nee, wie man Neo Geo Spiele einbindet in Retro Arc auf der Xbox Series S. Und anstatt das, normalerweise wird nämlich in diesen Tutorials immer gesagt, ey, ich gebe euch keine Links für ROM-Seiten, das ist illegal, das kriegt ihr nicht von mir, wir reden hier nur wirklich nur über das theoretische Einrichten von dem Emulator, das ist vollkommen verständlich, dass man sich da rechtlich absichert. Aber in diesem Tutorial war es anders. In diesem Tutorial ist einer hingegangen und hat gesagt, ja, ich habe mir eine Neo Geo Collection gekauft übers Humble Bundle. So, die habe ich legal erworben auf dem PC. Und natürlich wird bei diesem Neo Geo Bundle auch nichts anderes als eine Collection von ROMs mitgeliefert und die hat er dann eingebunden. Das heißt, er hat seine Spiele, die er gekauft hat für ein System, legal erworben, hat er dann letztendlich die Anwendung zweckentfremdet auf ein Retro Arc System am PC. Und dieser Gedanke hat mich richtig krass geflasht. Dann habe ich mal geschaut, weil ich hatte mir irgendwann mal die Mega Drive Collection gekauft, auf Steam logischerweise. Und siehe da, auch das sind im Prinzip ROMs, die kompatibel sind mit Retro Arc. Also, was macht man natürlich? Man nimmt sich diese Spiele, die man legal erworben hat für Geld und packt die natürlich in einen anderen Emulator oder auf das Mobilgerät oder sonst irgendwo hin. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, alte Mega Drive Spiele zu spielen, sehr komfortabel und kann die halt eben noch die Speicherstände synchronisieren zwischen PC und mit meinem Mobilgerät. Und eine andere Sache, und das kommt ziemlich nah an das, was ich mir eigentlich so ein bisschen von so einer Gaming Spotify oder von der Gaming Amazon Variante da verspreche, das ist Good Old Games. Das ist eine Plattform, da habe ich auch in der letzten, in letzter Zeit, also da mache ich immer mal wieder was mit, aber nie so wirklich oft. Aber die ist ja gerade dafür bekannt geworden, dass die alte DOS Games, die eigentlich nicht mehr lauffähig sind auf aktuellen Rechnern, dass sie die aufbereiten, auch mit einem DOS Box Emulator. Und das dann halt eben auch kommerziell vertreiben. Und das hatte auch eine Auswirkung auf diese ganzen Abandonware-Seiten. Es gibt diesen schwammigen Begriff Abandonware, das bespricht im Prinzip Spiele, die nicht mehr kommerziell vertrieben werden, wo niemand die Rechte besitzt und wo vielleicht auch die Schöpfer oder die, die die Rechte einst mal hatten, dass es die nicht mehr gibt. Also dass die quasi dann im Prinzip so in so einem Urheberrechtsleeren Raum halt einfach existieren und dementsprechend dann halt runtergeladen werden können. Ob das so ganz der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht, aber das ist zumindest so die Theorie. Und sehr, sehr viele Spiele sind in letzter Zeit aus dieser Abandonware-Rubrik rausgehoppelt, weil die Urheberrechte wieder neu verhandelt wurden und diese Spiele wieder kommerziell vertrieben wurden. Also da ist gerade Commander Keen ein gutes Beispiel, weil Teil 1 bis 5 aktuell kommerziell vertrieben wird, Teil 6 aber scheinbar noch Abandonware ist, weil sich niemand dafür interessiert, aus welchen Gründen auch immer. Und so gibt es ganz, ganz viele Games, die bei Good Old Games halt eben angeboten werden und auch diese Spiele, da gibt es Ausnahmen, weil es manchmal darum geht, ob man dann irgendwie nochmal ein CD-ROM-Laufwerk mounten muss oder solche Geschichten. Aber weitestgehend gibt es Spiele, die werden bei Good Old Games vertrieben und die kann man auch mit RetroArc benutzen. Was für mich dann natürlich die Konsequenz war, weil ich möchte natürlich hier mich weiterhin für die Branche gerade machen, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte, ich möchte, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie gratis Games haben will, das muss man an der Stelle nochmal sagen und ich möchte auch schon gerne für das, was ich mag, möchte ich gerne Geld bezahlen, das ist nicht das Problem, aber der Komfort, die Verwaltung und die Konfiguration ist einfach von mit, 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 ich sage jetzt mal, inoffiziellen Wegen, mit Emulatoren einfach so viel einfacher als in der tatsächlich gedachten Verwendung, sodass ich mir jetzt bei einigen Beispielen das getestet habe und gesagt habe, okay, ich kann mir Spiele runterladen über Good Old Games, kann die erwerben, kann die runterladen, kann die dann aber auch mit RetroArc verwenden, kann die am Fernseher spielen, kann die synchronisieren mit meinem Smartphone und habe da eine richtig, richtig krasse Handhabung und das ist jetzt so ein bisschen so der, 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 der Schlusssatz letztendlich, was kann die Branche nicht alles von der Emulatorszene lernen? Es sollte da nicht drum gehen, dass man irgendwie den Anspruch hat, Dinge kostenlos zu kriegen, ne, das ist ja so ein bisschen das, was durch das Internet gewachsen ist, die Leute haben kein Verständnis mehr für, für, für Wertigkeit bekommen, dass Dinge auch Geld kosten, sondern es gibt Dinge einfach schwarz im Internet und man weiß, mehr oder weniger passiert mir da jetzt nichts, das wird toleriert, das wird ignoriert, das interessiert keinen und deswegen mache ich es und alles ist gut und ich habe da fast schon einen Anspruch drauf, das ist nicht so mein Approach, aber man kann daraus lernen, dass es halt einfach eine große Nachfrage gibt in dieser Szene an Videospielen und dass es auch eine große Nachfrage gibt, das irgendwie unter einen Hut zu bringen über eine, über eine ansprechende GUI, über, über, ähm, vorkonfigurierte Button-Layouts und so weiter und so fort und dass die Branche einfach dem Ganzen nicht nachkommt, weil die einfach noch so zerteilt sind. So, Sega hat irgendwann, also Sega und SNK, das sind so die beiden, die irgendwann gesagt haben, okay, wir bringen jetzt unsere Mega Drive-Spiele auch auf andere Konsolen, wir bringen Collections raus, wir sind raus aus dem, äh, aus dem Hardware-Markt, ne, du kriegst jetzt Mega Drive-Collections in App-Stores, auf der Switch, auf der Playstation, sonst wo und genauso Neo Geo-Spiele kriegst du irgendwie auch, kannst du dir irgendwie kaufen, so einzeln irgendwie für 5, 7, 10 Euro, whatever, also die sind da mittlerweile recht offen und, ähm, für mich wäre das aktuell wirklich das Argument zu sagen, ich hole eigentlich meine Retro-Games eigentlich nur noch irgendwie über den PC, weil ich dann dort die Möglichkeit habe, die legal erworbenen Dateien, für meine Interessen besser zu nutzen. so, ja. Das war das Thema, über das ich sprechen wollte, also es war, ist ultra faszinierend und es ist immer noch so und ich spiele gerade sehr beherzt Commander Keen 6, Aliens Ate My Babysitter und, ähm, ihr werdet von dem Spiel dann letztendlich hören in irgendeiner Review, aber es lässt mich am Ende vom Tag doch ein bisschen bestürzt zurück. Es lässt mich wirklich bestürzt zurück, dass es wirklich dieser Branche so egal ist, wie mit Kultur gut umgegangen wird, wie mit Klassikern umgegangen wird, wie mit der Zugänglichkeit umgegangen wird und dass es da einfach keine einheitliche Regelung gibt, an der man vielleicht sogar, sogar noch verdienen könnte. So. Das ist das Schlusswort. Ich bin Fabian, bekannt als Rainer Schauder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao.